die Homepage angeschaut der deutschen FDP. Super gestylt, toll gemacht, Lifestyle-Farben, Gelb, Trend, Magenta, ich kannte diese Farbe gar nicht, wusste gar nicht, wie man das ausspricht. Eine Wahnsinns-unglaublich-dekorativ wird ein Vermögen gekostet haben, diese Webseite. Das ist jetzt also sein Spruch, das ist der Slogan, besser nicht regieren als falsch, besser nicht regieren als falsch. Und das ist jetzt für mich typisch FDP. Es sieht gut aus, es klingt hervorragend, aber wenn man dann etwas genauer anschaut, wenn man dann etwas an der Substanz kratzt, dann kommen die Fehler zum Vorschein. Haben Sie gesehen hier, besser regieren als falsch? Einfach einen Kommafehler hier. Zwei Satzzeichen, eines falsch, das ist eine Misserfolgsquote von 50%. Und das ist für mich typisch FDP-Lindner heute. Viel Dekoration, wunderschöne Aufmachung, aber in der Substanz, in der Tiefe hapert es. Das fängt dann schon bei den Kommafehlern an. Und das ist das Problem dieser Partei. Und das ist das Problem dieser Partei.